Im Archicad 16 wurden mehrere Verbesserungen gemacht. So wird nun das Ikon der Bearbeitungsebene immer angezeigt, auch im Auswahlmodus, wenn keine Elemente erstellt oder bearbeitet werden. Das Symbol wurde von einem dunklen Rechteck zu einem kleinen Raster-Symbol. Die Bearbeitungsebene kann an jeder Phase neu definiert werden, nicht nur während der Erstellung oder Bearbeitung von Elementen. Wenn Sie zum Beispiel eine Bearbeitung in der vertikalen Ebene ausführen wollen, dann können Sie zu dieser Bearbeitungsebene wechseln und dann erst den Bearbeitungsbefehl starten. Die Optionen, die bei der Betätigung des Griffes der Bearbeitungsebene zur Verfügung stehen, stehen auch vom Kontextmenü aus bzw. von der Standard-Symbolleiste aus zur Verfügung. Der Befehl Nächste Ebene ist neu. Er steht unter den Optionen der Bearbeitungsebene zur Verfügung, wenn für die Ausführung der aktuellen Option von der Logik her mehrere Ebenen in Frage kommen. Mit der Verwendung dieses Befehls können Sie durch diese möglichen Ebenen wechseln. Die angebotenen Ebenen sind im Allgemeinen Ebenen der Hauptrichtungen oder Ebenen der angrenzenden Flächen eines angeklickten Knotenpunktes oder einer angeklickten Kante. In der folgenden Situation wollen wir zum Beispiel einen Knotenpunkt einer Morphbox bewegen. Wenn wir mit dem Befehl Nächste Ebene durch die angebotenen Ebenen wechseln, werden die horizontalen und vertikalen Ebenen der drei Seiten die an den bewegten Knotenpunktgrenzen angeboten. Da der Griff der Bearbeitungsebene mit der Änderung der Bearbeitungsebene seine Position ändern kann, ist es im Falle von mehreren möglichen Ebenen nützlicher, wenn Sie durch diese mit der Verwendung der Symbole der Standard-Symbolleiste wechseln, denn Änderungen erfordern mehr Klicks, wenn Sie über das Kontextmenü gehen. Wir sehen uns im nächsten Video.